Musik So Leute, willkommen zu einem neuen Bahnvlog Heute haben sie ja mal die ersten Wintergeiersten Oder einsegelend Wintergeiersten Jetzt haben wir es so Zwar haben wir es heute Umstag den 7. 6. Oktober Wir sind ein wenig später haben wir es dieses Jahr Aber das hat nichts Vorgäste Vorgäste Bestimmte Gäste Vorgäste Gäste habe ich oben schon Hektag gesehen Und am Viertag am Viertag haben wir die Hektag gesehen Weitere und der Rest Eigentlich Ja Ja Wir haben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Leider nicht ganz leer, ich weiss es nicht noch was ich da Aber ja, die Ruhe ist halt so wie es ist, hat man halt ein wenig was übrig Ich fahre heute 19.30 Uhr bis spät 0 Uhr Morgen sehen wir Winkel, die sagen, gucken wir mal ob es klappt In dem Fall bis morgen Howl Ciao Jetzt sind wir mal wieder am Fliegen, und zwar kommt jetzt hier noch Dinkel auf das, den Dreispitzen da vorne, da haben wir schon Dinkel, und da drüber Masha mal gesehen gestern und der ist halt heute noch, den sehen wir nachher noch geschwind, dann haben wir den auch so 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 das ist halt gerade so ein Stück Da habe ich halt voll gemacht und da habe ich gedacht, jetzt filme ich mal noch etwas fliegen, damit man auch wieder etwas von draußen sieht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020